Willkommen bei ABB Motion. Ich stehe hier vor der Ultra Low Harmonic Demo. Frequenzumrichter sind eine tolle Sache, wenn es darum geht, die Drehzahl eines Motors frei zu regeln. Das spart einiges an Energie. Doch mit dem Einsatz von Frequenzumrichter werden elektrische Störungen an das Verteilnetz abgegeben. Ein Teil dieser elektrischen Störungen werden Oberwellen genannt. Werden diese nicht korrekt behandelt, können sie einen starken Einfluss auf die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit ihrer Anlage haben. ABB hat dieses Problem nun gelöst. Mit dem Ultra Low Harmonic Drive können sie Oberwellen bis zu 97 Prozent reduzieren. Diese Demo ist aufgebaut wie ein Prüfstand, der es uns ermöglicht, verschiedene Lastzustände zu simulieren und die Performances der einzelnen Lösungen, Drossel, Passivfilter sowie Ultra Low Harmonic Drive dann zu simulieren. Dabei kann man sehr, sehr schön erkennen, dass unser Ultra Low Harmonic Drive typische THDI-Werte von drei Prozent liefert. Weitere Vorteile sind, dass Spannungsabfälle über lange Kabelwege kompensiert werden können und darüber hinaus bis zu 70 Prozent im Platz gespart werden können. Damit sind Sie für Ihr nächstes Projekt bestens gewappnet.